Es war eine verdammte Kriegszone. Ich hatte zu erinnern, dass Giovanna und Marcello da waren irgendwo. Vielleicht hatte ich noch eine Chance, jemanden in dieser Familie durch den Tag in einem Stück. Lass nicht mal da unten die Leute, aber dann ganz schnell. Der einfach ganze Armee hier unten. Oh, what the hell? Damn! I'll take that! And I'll like it. Yes, Nyx. Bleib lieber liegen, Kollege. Scheiße. So. Fuck. Ja, fuck! Nein, ich bin nicht mehr schon. Diese Fools könnten mir ein bisschen Zeit kaufen. Ich könnte eine Chance haben, dass ich den Marcelo und Giovanna bekommen habe. Bevor jemand eine Buss in ihre Hände auch. Ich finde doch nur ein Touri. Okay, ich hab noch mehr nüt. Ich geh da einfach vorbei. Ignorier das, dass die sich ja abballern gegenseitig. Nimm mir hier die Muni mit. Kann mir doch alles egal sein. Kann ich hier da rausschießen? Da ist gar kein Pilot dran. What the fuck? Doch da. Ne, auch nicht, ne? Wild. Ah, doch da. Scheint ihn aber nicht zu interessieren, dass ich auf seinen Kopf schieße. Da hast du aber nur mal Glück gehabt, Kollege. Hier geht's. Giovanna und Marcelo sind noch immer wieder жив. Aber ich hatte keine Hoffnung, dass sie so lange bleiben würden. Ich hatte bereits die Ransom Geld, habe die Hostage getötet, und ich habe nur nur angefangen. Das hat sich in einem anderen guter Beispiel für private security gearbeitet. Wo willst du hin, ne? Okay, hier stirbt einfach deine Ecke. Rest in Peace, motherfucker. Immer noch ein mit dem Game, ey. Okay. Was geht hier ab? Ich bin nur ein Turi. Ich bin nur ein Turi. Wie ist das? Ich bin nur ein Turi. Ich sag, ich bin Touri Aua Das tut weh, Alter So wollte ich nicht abtreten Beide Füße da unten reingeschossen Weg mit der Sehnen, ey Da ist aber vorbei Da ist nicht mehr Kirschen essen Nimm mich mit Viele ausgehalten, Alter Ja, leck mich am Solo-Me Oh, nett Geht er auch noch, vielleicht? Nö Da hat er noch mal hinten kassiert Jetzt auch nix Muni ein bisschen Ich hab ihm beide Augen ausgeschossen Alter Ich hab ihm einfach beide Augen ausgeballert Ohne zu zielen Hat der da Bock, Dinger? Er ist RIP Okay, er hat einen Koffer Stahl Hallo? Schnauze Ich hab nicht damit gerechnet, dass er funktioniert ETF Sorry Musst du den Kater reinlassen Ich hab die einfach erschossen WTF? Ich kann euch gar nicht glauben WTF? Wo ist denn hier der richtige Weg? Ah hier, dann, ne? Glaube ich Okay Muni Nett Fuck Puta Ah Ach, okay Liegt da ein Tisch hier Ich raus? Ja, okay What the fuck What the fuck? Yo, of course Yo, of course I was still alive And still not all that happy about it Why did the easy way out never come? Maybe I thought I didn't deserve it Alter, WTF ist ja gerade passiert Also wenn ich sowas mal erleben sollte und da ganz überlebe, wäre es sick Würde ich feiern Aber bitte mit überleben Und ohne Polizei Das ist eine Story Das ist eine Story, die kann man erzählen Ey, ehrlich Das ist eine Story, die kann man erzählen Ey, ehrlich Das ist ein Waffenteil Damn, what the fuck Yo, whoa, whoa Yo, whoa, whoa Tja, wie viel der in seine Eier geschluckt hat er da Man, I was guessing these guys didn't spend their spare time studying the Geneva Convention So, hey, schön erlösen von seinem Leiden Falls es da noch Leid gab Naja, das Ding eine Razzia machen ist ja jetzt nicht wirklich meine Schuld, ne? Jesus Christ, these bastards weren't playing games These were the same paramilitary cops I had seen executing fools after the failed kidnapping at the party Nasty business If these were the guys De Silva was worried about, maybe he had a point Yes, this was definitely them Jesus Christ, these bastards made the NYPD look like the Hare Krishnas So Müssen wir erstmal gucken, ob hier was Goldens liegt Ah, vielleicht hier nochmal Nope Hier im Gebüsch Auf versteckter Assi-Basis Ja Wusste ich doch ganz genau, ey Wir treiben immer solche Spielchen, die Entwickler Oh, da siehst du, guck dir das an, ey Zwei nebeneinander fast Panorama-Route Diese Charmers weren't there to make a couple of arrests They were bussing them out by the dozen But who was I to cast judgment on proper police procedure and justifiable use of force So, ups Oh, das ist das nicht richtig Ah, das ist richtig Okay Ich wusste über den Zaun Fuck Ich dachte, ich könnte den Leuten da unten helfen Deswegen habe ich auch angefangen, wie den Wilden zu ballern Ah ja, mit Licht sogar Geil Open the fucking door Boah, die können hier rausstürmen, aber ich kann da nicht reinstürmen Was ist denn das für eine Scheiße Das ist ja richtig sauer Oh Ah Ja Danke Alter Füß hier Er hat ehrlich keinen Bock mehr Ich würde auch passen, ob ich auf mich schießen würde Ganz vorsichtig sein hier Ich bin ein Gefährlichen Ich sage euch Hallo Hier ist nix Hinter auch nicht Hinter auch nicht Ich gehe nicht Ich gehe nicht Also, ich gehe nicht Ich habe mir gedacht, dass ich sie folgen. Ich bin verloren und sie gehen irgendwo. Und das war das nahe ich zu einem Plan. Wo sie sie entstanden? Sie haben Marcelo und Giovanna? Ist das nur eine gewisse Favela-Favela oder etwas mehr? Wenn all you're left with is questions, I guess your only option is to go with your gut. And my gut was telling me that band of merry men would lead me to some answers. Answers I'd soon wish I'd never received. What was going on here? They looked like the same paramilitaries from the stadium and office attacks. Something felt wrong. In fact, everything felt wrong. Anytime those guys decided to join the party, you could be sure it wasn't gonna end in a pinata and a slice of cake. What the fuck was this? The vigilantes doing an exchange with the death squad cops? Were they buying people? What the hell for? None of this made too much sense. These two were serious operatives. One was a band of hired killers and the other supposed to keep the peace. Yet they were doing deals. Now I had to find Giovanna and Marcelo. Without a better plan, I thought I better follow this bastard. No, don't do that. No, don't do that, mate. No, don't do it. No, don't do that. Shut up, you're sh**. Get out there. Here was Giovanna and Marcelo. What the hell are they about to do to him? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ich bin in der marieta treten hier und stechen ich habe meine Schäden Warum haben sie das gemacht mit Marcelo gemacht? Es ist eine legendäre Gang, die zu töten Menschen zu töten. Das ist keine Ordinary Street Gang. Ich denke, sie wollen die Leute denken, wie sie sind. Mit dem sie können sie die Tötungen von heute und die Leute, die sie zu töten. Shhh! Wer hat das gemacht? Das war der Amerikaner. Das war? Das war? Er ist glaubt in dich für die Todeserung von seinem Freund. Das war der Amerikaner. Oh, Mann! Das war der Amerikaner. Er ist gegen ihn! Er will! Er will! Er will! Ich bin! Ich bin ein paar Stunden lang, du weißt, was du hast. Und jetzt, was wir haben, war uns ein anderes. Ich war ein Verrücker, und Giovanna, ich wusste, was sie gesehen hat, keine Drogen oder Therapie konnte. Das Kind der Schmerz, und folgt ihr immer wieder. Der konstant Schmerz, der Waste ist in der Leben. Die Schmerz hat genug gemacht. Wir mussten herausfinden, dass wir da rauskommen sind. Giovanna rief in Passos. Ich wusste nicht, ob es ein guter Ort ist, oder nicht. Wenn eine halbe der Polizei-Polizei und eine Paramilitarist-